Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Donnerstag, dem 22. Juli 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 1046. Heute mit den folgenden Themen. To-Do-Ist, WordPress, Apple, Cars, Oppo, Google My Maps und Google Bookmarks sowie Tesla. Dann starten wir gleich mal mit To-Do-Ist, der beliebten To-Do-App aus irgendwo in diesem Internet, die ich unter anderem auch seit einem Weilchen nutze, seit mir Microsoft mit seiner To-Do-App auf den Senkel gegangen ist. Und ja, was kommt da jetzt neu dazu? Eine kleine aber wichtige Möglichkeit, ihr habt nämlich neu jetzt eine sogenannte Aufgabenbeschreibung. Das heisst, ihr könnt nicht nur einen Titel hinzufügen, also einen Topic zu dem Ganzen, sondern auch noch eine kleine Beschreibung dazufügen. Ich weiss, es gibt auch die Kommentare, doch die sind immer ein bisschen versteckt gewesen. Nutze ich auch gerne noch für die grösseren Geschichten. Aber die Hauptinfo oder eine kleine Zusatzinfo kommt jetzt in die Aufgabenbeschreibung. Wie das funktioniert, auf daily.tiktok.ch oder im Podcast für eures Vertrauens. Findet ihr einen Link dazu mit ein paar Hinweisen. Dann ist gestern Nacht, also besser gesagt vorgestern Nacht, ein Update rausgekommen für WordPress. Und zwar in der Version 5.8. Die gibt es ab sofort zum Downloaden und Installieren. Checkt das Ganze mit euren WordPress-Plugins, die ihr so nutzt, in eurem Theme, ob das Ganze funktioniert, auf dem Nicht-Live-System. Und da würde ich sagen, könnt ihr online gehen. Ich habe es bei mir auf zwei Blogs getestet, hat tiptop funktioniert und somit auf über 40 Blogs ausgerollt, vorgestern Nacht. Und das ging alles gut. Was ist neu mit drin? Ihr könnt ein bisschen Bilderbearbeitungsmöglichkeiten. Ihr habt bessere Blöcke und vor allem einen Blog für den Widget-Bereich oder Blöcke für den Widget-Bereich und so weiter. Und auch sonst noch ein paar Kleinigkeiten. Also Backup machen und Update einspielen. Ja, mit dem kleinen Voice-Tag zu Apple Car habe ich vielleicht den einen oder anderen in die falsche Richtung gehebt. Nee, ich möchte nicht über Gerüchte reden. Es geht um Apple Autos, die rumfahren mit so einer lustigen Kamera obendrauf, um die Apple Maps-Geschichte besser zu machen. Und wie funktioniert das? Ja, eben. Die fahren rum wie die von Google, machen Bilder rundherum. Und damit wird dann über die nächsten Jahre die Kartenqualität deutlich hochgehoben und eben ein paar Zusatzinformationen dazugetragen. Normalerweise geht das Apple circa zwei Jahre. Also das heisst, die ersten Neuerungen, was das anbelangt, werden wir in circa zwei Jahren sehen. Und wo fahren die aktuell rum? In Deutschland und Österreich sind sie seit ein, zwei Wochen unterwegs. In der Schweiz hat es gestern gestartet. Und da geht es los bis irgendwann Mitte August, Ende August, glaube ich sogar. Genau, Ende August. Wer genau wissen möchte, wann und wo das sie durchfahren, bei uns zum Beispiel zwischen dem 17. August und 15. September, also es geht sogar noch einen Monat langer, dann ist es in Bern, Freiburg, Jura, Neuenburg und Solothurn unterwegs. Und all die anderen Daten, die könnt ihr euch am besten selber nachschauen. Dann könnte man das eine oder andere Mal auf die Strasse stehen. Wer weiss, vielleicht klappt es ja. Und man kommt da auf ein Bild, auch wenn nur verpixelt. Dann gibt es von Oppo Neuigkeiten. Die haben nämlich drei neue True Wireless Kopfhörer vorgestellt. Was ist das? Das ist zum einen der Oppo Enco Free 2. Das ist das oberste Modell, das grösste Modell. Dann gibt es die Air, das sind die kleinsten. Und dann gibt es noch, so wie bei Samsung, so kleine Buds, die dazwischen sind. Allesamt sind sie unter 100 Währungseinheiten, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und wenn alles klappt, werde ich nächstens die grössten, also die Oppo Enco Free 2 testen können und euch vielleicht auch ein kleines Video dazu machen. Mal schauen. Ich werde hier auf jeden Fall berichten. Dann gibt es zwei traurigere Nachrichten. Google stellt wieder mal ein und zwar ist es die Google My Maps App. Die gibt es unter Android und iOS. Zumindest die unter Android hat nach zwei Jahren, fast schon drei Jahren, wieder mal ein Update bekommen. Und da im Quellcode ist versteckt, dass die App per Ende nächsten Monat, 15. Oktober genau gesagt, zu meinem Geburtstag eingestellt wird. Schade, weil ich einige Menschen kenne, die das genutzt haben, nicht zum Erstellen, aber zum Nachschauen. Der Online-Dienst soll aber noch weiterlaufen. Aber ja, wir wissen ja, es ist Google. Es kann nächstens auch da ein Ende geben. Genauso findet ein Ende und ein neuer Platz auf dem Google Friedhof die Google Bookmarks App. Was ist das? Die Google Lesezeichen Plattform. Da konnte man früher, und zwar bis vor kurzem oder bis jetzt noch, Lesezeichen verwalten. Wisst ihr noch, was das ist? Ja, genau, von Webseiten, was wir also früher gemacht haben. Ich habe da noch witzige Links entdeckt, viele, die auch gar nicht mehr existieren. Aber ja, wird eingestellt per, ich weiss es nicht genau, aber auch schon nächstens. 30. September ist der letzte Tag für das Ganze. Und zu guter Letzt gibt es noch eine Neuigkeit, die dem Herrn Tesla, den Elon Musk, aus Twitter rausgerutscht sind. Denn er hat nämlich gesagt, dass man bis Ende des Jahres die Supercharger öffnen möchte. Und zwar für andere E-Mobilitätsgeräte. Wie genau Umsetzung, bla bla bla, Abrechnung. Darüber gibt es keine weiteren Details. Wir dürfen mal gespannt sein. Und wie hat der Achim so schön gesagt? Bis Ende Jahr. Das heisst bei Elon Musk in etwa drei Jahre, bis es dann kommt. Wir werden es sehen und euch dann sicherlich davon berichten. Das war es mit den heutigen Themen, die ich für euch hatte. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Habt einen tollen und guten Start in den Tag. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Episode wieder. Bis dann. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.